Jetzt brauchen wir noch mal Stickies. Schön. Warte mal, ich bin doch blöd, oder? Bin ich blöd oder bin ich blöd? Wir haben doch hier... Ach maaaannn. Wow. Oh. Ging besser. Moment, wie haben wir denn jetzt? Oh, wir haben ein paar mehr. Ging doch. Ich dachte, da kommen jetzt nur drei raus. Ich so, hä? Wieso kommen da jetzt nur drei raus? Aber, nö, da kamen dann auf einmal... Ein paar mehr. Mal Heier machen. So. Haben wir eigentlich hier schon was drin? Ne. Gut, dass wir nachgeschaut haben. Und gut, dass wir nichts gefunden haben. Hab ich auch noch nie gefunden. Nix. Äh, da, 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 da. Ich weiß es nicht. Es hat dann irgendwie wieder Stil. Na? Aber auch irgendwie wieder nicht. Sehen wir ja gleich. So. Es hat auf jeden Fall wieder was, ne? So, und hier dann tief runter so ein... Brunator. Toll. Toll! Ich hatte vor, hier einen Kackbrun hinzubauen. Na, ich grab lieber nicht zu tief. Nicht, dass wir dann irgendwann... Tot. Gehen wir hier wieder hoch. Ja, da haben wir jetzt wieder genug. Nein, ich würde aber schon mit Stein dann irgendwie... Warte mal. Wir haben jetzt da den Schüssel. Dann machen wir direkt wieder da raus. Was cool ist. Und so haben wir jetzt erstmal das hier verwendet. Ist ja nicht schlecht. Gibt es da noch irgendwas anderes, was wir da verwenden könnten? Äh, so ein bisschen als, ja, anders halt. Das hier könnten wir, glaube ich, nehmen. Das wird am ehesten dazu passen. Und dann hier nochmal so Treppen rein, weißt du? Das wird nice, Leute. Das wird mega... Tief! Drei, vier... Oh! Oh! Mal noch erstmal so. Zwei, drei... Drei... Vier... Fünf... Sechs. So. Und dann hier, wie gesagt, wieder so Treppen hin. Das wird schon schön. Das wird schön. Ist mir egal, was ihr sagt. Na, jetzt Spaß. Aber es wird schon schön sein. Ja. Doch. Ja. Wo so Treppen werden dann wieder so... Ich weiß nicht. Anders. Schöne Beschreibung. Es wird einfach mal wieder anders. Bei Frau Anders. Nein. Frau Anders ist nämlich meine Religionstherin auf der Schule. Und ich mag die schon sehr, doch. Ah, cool. Daraus können wir keinen Stein machen. Können wir daraus verla... Ne, können wir ja nicht machen, ne? Mäh... 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 Auf zu heulen. Zack. Und wir haben vier Stufen. Genauso viel wollte ich nämlich auch haben. Schön. Hopp, hopp, hopp... Die, da... Das wollte ich nicht. Warte mal. Wir haben ein Wassereiber dabei. Können wir direkt schon mal hier... Ich wollte den glaube ich so ab. Oh. Passt. Wunderschön. Naja, so ein bisschen höher können wir den ja schon machen. So dann. Kommt hier noch so eine Quelle? So. Ich finde es schön. Ich kann es gar nicht auf genug sagen. Ich will. Nein, Spaß. Also. Das Baupunkt sieht aber wirklich hier auch so anwenden. Das Bauprinzip. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt gerade wieder versprochen habe, aber das Bauprinzip. So. Ja. Ja. Ja, die Treppen habe ich jetzt gemacht. Einmal können wir da mit reinplanschen. Und dann. So. Wieder schön verbinden. Von hinten. Nein. Hat sich gerade gereimt. Ja, müssen wir noch ein paar machen jetzt. Ein paar Steine. Damit das dann noch alles wieder passt. Das passt schon, gell? Das passt schon. Müssen wir alles fertig haben. Sauber. Machen wir draussen noch ein paar. Zack. Wumm. Und. 26 Stück. Daraus könnten wir jetzt wieder was schütteln. Und zwar haben wir gesagt, dass wir da jetzt noch. Wo sind sie? Wo sind sie? Die hier waren das. Daraus schüsseln. Zack. Tot. Ja. Stellst du uns wieder in die Tiefe, hä? Ne, warte mal. Jetzt fangen wir jetzt anders. Nehmen wir mal den Wasser einmal nochmal weg. Also das Wasser hier. Zack. Können wir mich wieder auch nach unten in den Bau. Ja. Ich werde jetzt wieder eingesperrt, weißt du? So eine Plurre. So. Noch eins. Noch eins. Hui. Das sind Skills, ja. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Mach ich einfach mal. Ne, wir machen jetzt genau. Jetzt gegenüber gleich. Oder wir machen jetzt überall. unten gleich, ne? Wie das schöner aussieht. Zack. Eins. Zwei. Fünf. So. Jetzt gehen wir wieder hoch. Shane. Ich mach da noch eine hin. Mäh. So ein Rasenmäher. Und dann machen wir den Brunnen wieder zu. Ich finde, der hat sogar so ein bisschen was, ne? Der Brunnen. Ich finde ihn echt schön. Du Zicke. Hä? One on one, komm. Mann, da geht's direkt weg, hä? Ich bin die Kante hier. Die Kante. Ich bin die Kante. Sollen wir noch einen Zirr machen? Da passt das so. Hä? Pff. Pff. Auf jeden Fall. Ist wieder die Chorre. Platschen die da rein. Und da das ja alles ein bisschen verkommen ist, ne? Soll es ja sein. Und da ist ja auch so ein kleiner, ja, ich sag ich mal, ein Markplatz hier werden soll. Die Schmiede wird jetzt auch in der Nähe von Brunnen gebaut. Damit die nicht immer so weit laufen muss zum Fluss oder so. Ich meine, hier ist ja eh so ein kleiner Teich, aber wir könnten die Schmiede eigentlich hier hin machen. Hier, dann hat der nämlich hier noch schön, ähm, ja, so einen kleinen Zugang zum Teich. Kann der sich doch noch eigenständig Wasser holen. Weißt du noch? Zack. So. Fertig. Ne. Ähm, das haben wir jetzt. Gehen wir hier nochmal rum. Und wie immer gibt's kein Thema zum Quatschen. Ist doch geil, oder? Ich meine, so habe ich mir das vorgestellt. Das will ich nicht, aber was soll ich denn mal quatschen? Was ist denn nochmal hier noch drei? Hm. Bonchons sind die wieder verbraucht. Krass. So. Ich brauche nur noch so viel. Klingt so ekelhaft. Du Furz. So. Klatschen wir direkt hier noch mit rein. Schwups. Und unten trägt auch noch welche. Denn wir brauchen jetzt viele Steine. Sehr viele. Können wir eigentlich strecken wir ganzen Stacks hier mit raus? Oh. Wir haben nicht mal mehr einen Stack. Okay. Ähm. Oh. Steine. Steine. Und hier? Steine. Cool. Können wir irgendwo hier rausgehen? Ah, okay. Das ist mir scheißegal. Jetzt machen wir die Nacht durch. Zack. 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 Und zack. Und jetzt haben wir. 32 fucking Steine. Oh. Ich muss eigentlich zensieren, aber hat jetzt mal keiner zugehört, ne? Ne? Gut. Mäh. Jetzt haben wir noch ein bisschen Moos hier hin. Zack. Nee, so wollte ich das jetzt nicht haben. Ein Block weiter vor. So. Ja. Sieht es direkt ein bisschen älter und verkommener aus. Ja, ist ja gut jetzt, oder? Kollege Bratwurst. So. Nee, dann machen wir es am besten nochmal hier. So. Dann schüsseln wir nochmal eine Runde. Immer noch ein paar rissige. Da haben wir nämlich hier auch noch keine. Da können wir echt schon so gut wie... Ähm. Ah, die Chisel nochmal benutzen. Keine Stress machen. Der Chisel ist schon aufgebraucht gleich. Okay. Wir müssen uns da nochmal einen neuen Chisel machen. Ähm. Ja. Der Chisel ist aufgebraucht. Schön. Wie ging nochmal so ein Chisel? Chisel. 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 Ah, hier. Okay. Ach, einfach nur ein Stick und ein Eisenbarren. Ja, cool. Ja, cool. Der kann schon was werden. Und die Nase, die juckt. Die Nase, die spuckt. Das war eigentlich auch schon, wenn wir was fertig haben. Genau. Cool. Eisen haben wir glaube ich alles unten. Zack. Nehmen wir mal einen mit. Und wir jetzt... Oh. Brauchen wir noch ein Sticky. Können wir direkt unten machen. Können wir direkt in der Hand machen. Oh, in der Hand. Oh, hat er jetzt nicht gesagt. Doch, hat er. Und wir haben wieder einen Chisel. Können wir direkt wieder anwenden. Wollten wir nämlich noch mehr normale haben. Zack. Die können wir jetzt eigentlich auch alle im Inventar machen, ne?